So, dann schauen wir mal, ich fahre wieder auf A. Ja, ich warte mich mal gerade auf den Thumbnail von Video. Ich glaube, ich schieße mal auf diesen Vasili-Sai-Seph. Sei-Seph. Er muss immer auf die Verbündeten schießen. Ach, dann gleich. An wen kann ich jetzt eine Salve verpassen? Ja, wenigstens treffe ich da mal. Boah, recht hat er da recht. Nein, da schießt du doch wieder vorbei. Guck mal, schießt er vorbei. Aber ich finde, also nach wie vor, die Optik ist so schön. Ja, also, das ist echt so eine gute Idee. Trotz Big World. Ja. Big Shit. Ist das hier auch Big World? Das ist Big World 3, ja. Also, von dem her, deutliche Steigerung. Aber ich habe keinen Bock auf die gegnerische Fuso. Die kommen doch über 20 Kilometer. Nee. Doch, doch. Die kriegst aber nicht. Doch, doch. Die kommen schon, so 20 Kilometer kommen sie schon. Ja, aber die Empfehlung kriegst du nichts. Keine Ahnung. Ich habe sie zwar selbst, aber so aus dem Kopf, aus dem Kopf gefehlt. Aber kann sein, dass die 21, ich glaube, ich habe 21,3 oder sowas. Aber wenn du halbwegs damit, also, du wirst auf so eine Empfehlung mehr treffen, als mit der Kongo. Die Kongo Sprayt noch mehr. So, ich gebe jetzt mal einen Vollschub. Ja, ich fahre jetzt auch mal los. Nachdem ich, Alter, wie kann ich dich denn drei Kilometer schon hinter mir gelassen haben, obwohl ich neben dir gestartet bin. Von dir halte ich lieber ein bisschen ab. Okay, ja, das ist jetzt Nachvollziehbar. Wie hat er denn das gemacht? Das habe ich mich auch gerade gefragt, habe ich noch nie gesehen. Was denn? Der hat gerade den Gegner angepingt. Wo denn? Ach, bamme, gute Nacht. Ja, nicht da. Nee, wo, also... Hast du die Karte abgeschaltet? Einfach nur auf eine Karte gepinkt, oder was? Richtig, so. Ja, es ist da. Nein, 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 konzentriert auf der Enemy Target. Der sagt einen Spruch dazu. Du kannst dich aber mit SCG gedrückt halten und dann auf das Ding, das Alken oben. So kannst du auch deine sekundären Geschütze konzentrieren. Boom. Oh, ich habe sogar getroffen auf 16 Kilometer. Könnt ihr euch das vorstellen? Yes. Mit 200 Schaden. Oh, wie knapp daneben war der denn? Du hast Torpedoes in Comin. Wann die? Ja, die sind weit weg. Ich habe eher die gegnerische Miyogi. Also ich kann noch welche nach... Ja, noch eine. ... falls du welche willst. Miyogi ist 14 Kilometer. Na, komme ich genau nicht mehr drauf. Du schießt aber auf mich, ne? Die Sau. Und trifft sogar... Es ist nicht zu fassen. Da trifft mir voll das Ruder. Meine. Besser das Ruder als das Schadele. Das ist wohl wahr. Wo sie schon Reparatur nutzen. 11 Kilometer, das Sack. Ja, schießt ihn endlich. Jawohl, 11.000 Zelle. Oh, das Ding fährt ja in die Mitte. Perfekt. Werde auch was zu tun. Wir haben aber in Zähne wieder kaputt. Nice. 11.000. Oh, da ist jetzt eine Cleveland. Jetzt wird es spannender. Oh, eine Cleveland. Da müsst ihr aufpassen. Die rotzt ja richtig raus. Mach die Miyogi erst raus. Ja, kümmere dich doch nicht rum. Das machen wir hier schon. Wollte gerade sagen. Also für mich wird die Cleveland viel heftigere Nummer jetzt als die Miyogi da hinten. Da bin ich schon drauf. Und die Cleveland hier von uns ist da drauf. Die wird nicht weit kommen. Außerdem fährt sie am Cap vorbei. Also wäre ich gar kein Problem mehr. Da ist ja so. Die wird eh gleich weg. Anni, du fährst übrigens in den blauen Reifen rein. Alles, ja, ja, alles gut, alles gut. Wo Cleveland ist, schießt sie auf mich? Also Basil, ich brauche dich auf der Cleveland. Ich schieße schon auf die. Gut, gut. Wie markiert man jetzt dieses? Müsste... Ah, shit. 3.8 habe ich dir getroffen. 3.8 habe ich dir getroffen. 3.8 getroffen, bis zu Eisen, bis man nicht mehr kehren kann. Bei 6. 130. 130? Wow. Wird gleich tot sein. Wenn ich so weitermache, dann wird sich die aber richtig ärgern. Wie ist ein WOT, der den Spruch gibt, ja? Noch so ein Treffer und die sind erledigt. Aber wie schnell die schießt. Bitte nicht zu mir. Noch ein Durchschlag. Nice. Oh, fuck's sake. Okay, jetzt habe ich es aber brutal gut getroffen. 2.000. 12.000 Grad gemacht. Oh, cool. Das wird ein Irgang, glaube ich. Ah, ist ja schon wieder, ist fast tot. Es ist ein Zerstörer, kann das sein? Für euch? Was wäre ich da reingefahren? Aber wenn man Zerstörer ist, fällt die nicht rein. Oh, die treffen nochmal. Oh, nochmal 3.200. Ja, da gab man ein paar Torpedos ein. Also, hier zwischendurch. Wie innen rein. Also, da ist noch ein Phoenix, ne? Ein Phoenix da hinten. Wenn die Krippe war da vorkommt, kriegt sie von zwei Seiten. Ich hätte jetzt gerade in eine Insel rein oder sieht das nur so aus? Nö, nö. BÄM, weg ist sie. Soll ich hin, da ist Phoenix. Oh, da ist noch eine Kawachi. Oh, ist ja nichts mehr überall, ey. Das gibt es nicht. Lass erst Phoenix wegmachen. Oder schießt du schon auf Kawachi? Ich mache auf die Phoenix, weil die Fahrt hier jetzt eh wie Insel um halb. Die kommen dann mit ihren Torpedos. Ich bin da dann schon drauf. Oh, ich treffe die Waffe nicht. Er ist zu klein. Er ist jetzt ballert auch nicht. EZ, 3,5. 8.000 Schaden gemacht. Mach den Rest bitte selber. Ich gehe auf die Kawachi. Ja, was heißt, der Rest bitte selber. Er hat noch 5.000. Ja, ab 5.000. Kawachi hat halt 40.000, was? Ja, waren sicher da recht. Erst die Ziele rausnehmen. Die Kawachi ist 4 Kilometer von mir weg. Fokus. Andy, Fokus. Ja, aber ich habe jetzt doch wieder. Das ist so schüchtern. Boah, 30.000 Schaden gemacht. Ja, dir oder du ihm. Ich ihm. Ja, dann wirst du den Blatt machen. Brauche ich gar nichts mehr machen. Exo. Ich habe zweimal Citadelle getroffen. Cheetah, verstehst? Ach ja, hach. Haxo. Torpedos. Von der Phoenix anscheinend. Phoenix hat vor dem... Vor ihrem Ableben... Ableben hat sie noch Torpedos auf mich losgelassen. Ich schieße gerade auch ein paar Torpedos auf die Kawachi. Ich habe nicht Ballon gerade. Hört so. Guck mal, ihr, der Andi, macht dem Kawachi 30.000 Schaden. Der Kawachi schießt auf mich. Verstehst? Ja, das war eine gute Runde, muss ich sagen. Aber echt, wir müssen echt öfter spielen, dann krieg ich meinen Sieg. Wir gewinnen einfach alles. Kommt teilweise an, es gibt einfach nichts mehr. Krass. Nee, mag ich nicht. Ihr staut mir alles ab. Ich habe einen Kill. Bummer 3. Ja, wo ist hier? Es ist vor uns. Ich habe noch ein Pacho fehlt. Dieser eine hätte meiner sein können. Na, Kills bringt ja nichts. So. Wo ist denn der letzte hier? Weißt du, es bringt nichts. Ein Kill ist ein Kill. Ja, aber XP-Tänisch. Ja, ich bin interessiert. Ein Kill will ich, ein Kill. So, ich recke mich nochmal selbst. Das finde ich so cool. Am Schlachtschiff. Rec, rec, rec. The Reckoning, wie ich das gerne nenne. Rektalisiere. Du, was willst du analysieren? Was schreibt der Tank-Typ? Achso, das war der Phoenix. Jetzt wird B genommen und dann ist das Thema ganz schnell rum. Wo sind denn die? Der eine, gut, okay, der haut da hinten ab. Das Gute bei dem Yogi ist, dass die schnell ist. Die ist recht schnell geradeaus. Die haben auch, glaube ich, alle noch. Also, es wird nicht höher, aber es wird noch nicht weniger. Ähm, weiß jemand, kennt sich wer? Ach, nee. Ja, bitte? Wo mir? Ganze Sätze? Warum? Verstehst du euch, was er sagt? Nee, nicht ganz. Was ist das? Ist das ein Zerstörer oder ist das die Fuso? Ist das die Fuso, oder? Kann nicht sein, noch nicht. Ich finde die echt müssen. Nee, da hinten ist Fuso. Das, was auch was ist, ist die Fuso? Sogar nicht klar, wo der ist, der Zerstörer. Der Zerstörer, der muss irgendwo hier sein. Ich sehe den nicht, ich sehe den nicht, weil ich genügend Fugreich weiter oder sowas. Ja, den Zerstörer, der ist ja auch nicht offen. Deswegen sieht man den auch nicht bei mir. Nein, das Ding da hinten. Wir waren nicht klar, ob es die Fuso ist oder der Zerstörer. Deswegen fragt sich, ob ihr ihn seht oder ob ihr das Icon... Das Icon, ja, er ist Fuso. Ja, der schießt auf die Insel hier. Der Schiff auf die Insel. Wie kann er nur? Der Schiff, der Schiff auf die Insel. Wie war das Team Damage? Vasilie treffe ich bestimmt. Kann man hier übrigens machen. Aufdrucker lege ich. Also ich glaube, gebannt wird man noch nicht. Da drüber geschossen. Nicht, dass ich wirklich noch treffe. Ihr seid's freien, der du. Aber die Seher seid's, ja. Ja, doch, das war 48.000 Schaden. 1500 Bar 6p. Ja, da habe ich ordentlich viel KS. Ich habe echt einfach Mühe. Guck mal, der hat nur abgestaubt. Ja, ne, schöne Runde. Vielen Dank. Ja, ne. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao. Ciao. Ciao.